Musik Heute zeige ich euch alle meine Weihnachtsgeschenke. Ich würde mal sagen, fangen wir an. Das erste, das habe ich mir auch gewünscht. Star Wars Battlefront 2. Dann, Fußballtickets. Das Stadion. Dann ganz viel Oreo-Süßigkeiten halt. He-O-He. Och-ja. Dann habe ich auch noch einen klassischen Gutschein bekommen zur Aussteckung. Da habe ich eine Hose-Tasche, das ist mir jetzt ein abgerissene Ding. Ganz viel Süßigkeiten. Dann noch so ein You-Go-Dusch-Gel-Shampoo. Auch ganz gut. Die anderen Sachen zeige ich euch nicht. Also die ihr schon gesehen habt, das Spiel und... Also zum Beispiel das Spiel und den Elektro-Roller. Ich muss aber was Bödes sagen. Der Elektro-Roller, den ich vorgestern bekommen habe, ist gestern kaputt gegangen. Aber ich kriege jetzt bald einen neuen am Freitag oder so. Naja. Kann man nicht machen. Dann habe ich noch ganz viel Geld bekommen. Und ja, tut mir leid, dass es nur so ein kurzes Video ist. Meine Familie ist da und... Ja, deswegen ist es nur so ein kurzes Video. Ich habe noch einen ausgepackt. Das habe ich mal bekommen, als ich vier war. So ein Riesenbär. Den habe ich gestern mal ausgepackt. Um ihn zu waschen. Weil der richtig dreckig ist. Ich lege den jetzt wieder aufs Bett. Naja. Den brauche ich nicht, den Bär. Der muss nur gewaschen werden, weil der seit zwei Jahren oder so... drei, vier, fünf, keine Ahnung, wovie Jahre schon unterm Bett liegt. Naja. Das war es schon mit dem kurzen Video. Tut mir leid, auf jeden Fall. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und. Naja. Und. Uh. Ciao. Einen machen wir noch. Komm. Wirklich? Einen machen wir noch. Iiii. Leute. Es explodiert dir nicht mehr. Nein, es explodiert dir nicht mehr. Komm rein. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.